Hallo und herzlich Willkommen in der Frühlingsauftakt-Folge 2020 meines Podcasts Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Dir fehlt die Geschichte? Keine Sorge, die wartet heute am Ende auf dich. Gehörst du auch zu den Menschen, die immer wieder unter Infekten leiden? Für die meisten von Burnout-Betroffenen bedeutet eine besonders hohe Infektanfälligkeit ja nicht nur, dass sie sich öfter mit immer neuen Infektionen infizieren als andere, sondern leider auch, dass es sehr oft gar nicht erst richtig zur Ausheilung eines Infekts kommt oder dass ein und derselbe Infekt ganz häufig wiederkehrt. Sätze wie Ich bin eigentlich ständig erkältet oder Diesen Husten schleppe ich jetzt schon seit über drei Wochen mit näher rum sind in meiner Praxis leider keine Seltenheit. Die hohe Infekteinfälligkeit, die sich bei Burnout-Betroffenen besonders oft beobachten lässt, wird ja häufig auf ihre Erschöpfung zurückgeführt. Klar, Keime haben ein leichtes Spiel mit dem gestressten Körper. Hinzu kommt die oftmals stressbedingte, ungesunde Lebensweise. Eine relativ nährstoffarme Ernährung sowie Schlafmangel, weil eben so viel gearbeitet werden muss und so wenig Zeit ist, erledigen dann sozusagen den Rest und setzen die Aktivität des Immunsystems zusätzlich herab. Übergangsjahreszeiten sind Erkältungsjahreszeiten. Unser Körper hat etwas mehr mit sich selbst zu tun als im Sommer oder Winter. Die Temperaturen und das Wetter schwanken ja manchmal sogar innerhalb weniger Stunden richtig stark und gleichzeitig sortiert er sich innerlich auch noch, um sich auf die kommende warme oder im Winter dann kalte Jahreszeit einzustellen. Das ist schon eine zusätzliche Anstrengung und kostet Energie, die der Körper im Burnout leider, aber ohnehin schon kaum hat. Und deswegen liegen Burnout-Betroffene im Frühjahr und Herbst oft so richtig flach, während der Rest der Menschen nur ein bisschen zu schnupfen scheint. Die Energie, um die Erkältungskeime in Schach zu halten, fehlt einfach. Während es für Infektionen, die von Bakterien oder Pilzen verursacht werden, moderne Medikamente in Form von Antibiotika und viel mehr gibt, die die Erreger einfach und schnell abtöten und unschädlich machen, wird es bei Erkältungsviren oder der Grippe schon schwieriger. Denn Medikamente, die Viren wirklich abtöten, gibt es nicht. Und so kann hier dem Körper eigentlich nur beim Aushalten der Symptome geholfen werden. Also zum Beispiel, indem man mit Medikamenten das Fieber senkt. Die Ursache jedoch, also die Viren, muss unser Körper ganz allein erledigen. Und das kann, gerade wenn unser Körper und unser Geist im Burnout festhängen, ein ganzes Weichen dauern. Es gibt allerdings ein paar Tricks, die ich in verschiedenen Ecken unserer Welt gesammelt habe und die ich in Grippewellezeiten regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr an meine Kunden weitergebe. Überall auf unserer Welt haben sich Mediziner seit Jahrtausenden damit beschäftigt, wie man so einfach, so natürlich, weil die Schulmedizin haben wir noch nicht so lange, und so effektiv wie möglich den Körper beim Abwehren und Überwinden von Infektionen unterstützen kann, und zwar egal, ob Bakterien, Pilz- oder Virusinfektion. Ja, du hast richtig gehört. Da diese alten Tricks aus der Natur kommen, genau wie ja auch die Erreger, helfen sie tatsächlich sowohl bei Bakterien als auch bei Pilzen als auch bei Viren. Das ist aber nicht der einzige wichtige Unterschied. Die meisten dieser Tipps, die ich heute für dich mitgebracht habe, sind nicht nur effektiv, um Infektionen schneller und besser wieder loszuwerden und vor allem, um sie nachhaltig wieder loszuwerden, sondern die Tipps, die ich dir heute mitgebracht habe, helfen dir auch schon, bevor dein ohnehin geschwächtes Immunsystem sich mit den Eindringlingen überhaupt auseinandersetzen muss, nämlich zur Vorbeugung und Zerstärkung. Also, packen wir es an, damit auch du dich zu denen zählen kannst, die gestärkt durch die nächsten Wochen gehen, bekommst du jetzt von mir genau diese sechs Immun-Power-Hacks aus aller Welt an die Hand, die ich sonst nur in meinen Coachings, vor allem zur Erkältungszeit, weitergebe. Mein erster Tipp. Aus der Immunologie wissen wir, dass mehr als 80% unseres Immunsystems im Verdauungstrakt lokalisiert sind. Die Stärkung deiner Verdauungskraft kommt also einer Stärkung deines Immunsystems gleich. Mit allen Maßnahmen, die wir einsetzen können, um unser Verdauungssystem effizienter zu machen, stärken wir also auch die Abwehrkräfte unseres Körpers. Ich empfehle vor allem zwei Maßnahmen. Die erste Maßnahme für Magen und Darm wäre folgende. Würze so viel du kannst, beziehungsweise so viel wie du verträgst. Alle wohlschmeckenden, natürlichen Gewürze enthalten sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, die die Tätigkeit deiner Verdauungsorgane, also deiner Leber oder deiner Bauchspeicheldrüse oder deiner Gallenblase, wohldosiert anregen. Wenn dein durch Gewürze unterstütztes Verdauungssystem besser oder effizienter arbeiten kann, zieht es dir natürlich auch weniger Energie beim Verdauen selber ab. Und es tut sich auch leichter, aus der Nahrung, die du aufgenommen hast, die wichtigsten Vitalstoffe rauszuziehen, die ja wiederum dein Immunsystem stärken. Apropos, auch schwere Lebensmittel, das sind vor allem die tierischen, wie Milcheier, Fleisch, kosten dich viel mehr Energie, um sie zu verdauen, als jetzt Gemüse und Obst zum Beispiel. Und deswegen lautet meine zweite, zu dieser Jahreszeit wirklich empfohlene Maßnahme, wenn du es deinem Körper in den nächsten Wochen besonders leicht machen willst, Energie für dein Immunsystem bereit zu halten, fahr deinen Konsum für diese Zeit zurück. Besonders dein Abendessen sollte im Moment nicht so sehr aus tierischen Eiweißen oder besonders auch Milchprodukten bestehen. Power-Tipp Nummer zwei. Viel trinken, hat der Arzt gesagt. Damit unser Körper seine Abwehrkräfte ohne Geschwindigkeitsbegrenzung zu den von Erregern angegriffenen Stellen in unserem Körper schicken kann, muss die Bahn, also in dem Fall die Lymph- oder die Blutbahn, staufrei sein. Alles muss fließen können, und zwar so richtig gut, wenn dein Körper seine vollen Abwehrmechanismen aktivieren soll. Deshalb ist genug Wasser trinken, besonders jetzt in der Erkältungszeit, wichtig. Und da das Loslassen und das sich von alten Lastenbefreien ja auch so gut tut, ist reichlich Flüssigkeit außerdem notwendig, um unbrauchbaren Verdauungsabfall, leicht und ohne belastende Rückstände über die Nieren oder den Darm zu entsorgen. Hier kommt der Burnout Coaching Berlin Spezial-Hack aus Indien. Koche einen Liter Wasser einige Minuten und lass ihn dann ein paar Minuten stehen, bis sich die Sedimente gesetzt haben und fülle ihn um in eine Thermoskanne. Trinke über den ganzen Tag aus dieser Thermoskanne in halbstündigen Abständen immer schluckweise heißes Wasser. So warm oder so viel, wie das eben angenehm ist für dich, denn das regt deinen Körper quasi dazu an, zusätzlich Dampf gegen Eindringlinge zu machen. Besonders in der Erkältungs- und Grippezeit wie jetzt kannst du dann das heiße Wasser auch noch mit etwas Ingwer, Gelbwurz oder Salbei anreichern. Alle drei sind nämlich auch sowohl bei Viren als auch bei Pilzen und Bakterien sehr, sehr unbeliebt. Du schmeckst den Bazillen dann einfach nicht mehr so richtig. Spaß beiseite, dritter Tipp. Licht Auch wenn sich im Winterhalbjahr die Sonnenscheindauer allgemein verkürzt, sollten wir wirklich versuchen, möglichst viel Zeit in der Sonne zu verbringen. Sonnenlicht regt die Vitamin-D-Produktion in der Haut an und Vitamin D schützt unser Immunsystem. Okay, das ist nichts Neues. Aber Forscher an der Georgetown University haben einen neuen, zusätzlichen Mechanismus entdeckt, wie die Sonnenstrahlen unser Immunsystem aktivieren. Im Rahmen einer Studie haben sie das Verhalten von Immunzellen, den T-Zellen, untersucht. Die Forscher haben die T-Zellen im Labor den Strahlungsstärken ausgesetzt, wie sie eben im Sonnenlicht vorkommen. Und dabei kam raus, dass Licht im blauen Wellenlängenbereich die T-Zellen sowohl energetisiert als auch aktiviert. Wahrscheinlich wird durch das Sonnenlicht ein Botenstoff gebildet, der die Zellen zu mehr Bewegung aktiviert. Und die Aktivierung zur Bewegung ist wichtig, weil T-Zellen sich im Körper bewegen müssen, um die Orte zu erreichen, wo Krankheitserreger eindringen oder sich ausbreiten. Da wären wir also wieder bei der freien Bahn und der Reise durch den Körper hin zur befallenen Stelle ohne Stau und Geschwindigkeitsbegrenzung. Außerdem sind kleine Sonnenpausen im Alltag genau diese Art von Zwischenstopp und Rast, von denen unser Immunsystem ja sowieso schon profitiert, da sie viertens uns dabei helfen, uns auch im schnellen, hektischen Alltag zu regenerieren und dem ständigen Stress, Zeitdruck und der körperlichen Überlastung entgegenzuwirken. Denn Hektik, Stress, Zeitdruck, körperliche Überlastung allgemein, sind echte Immunsystem-Teufel. Wenn wir dauerhaft mit ihnen konfrontiert sind, schwächen sie unser Immunsystem wirklich nachhaltig. Und selbst wenn wir spontan, aber stark gestresst sind, bricht unser Immunsystem von einem auf den anderen Moment ein bisschen ein. Und so wie kurze Ruhephasen im täglichen Leben unsere Stressresistenz und die Immunabwehr erhöhen, so gehört natürlich auch ein gesunder Schlaf für eine gute Abwehr einfach dazu. Der größte Feind deines Immunsystems sind also nicht unbedingt nur Viren, Bakterien oder Allergene, sondern vor allem der Stress, der dieses System und seine Abwehrkraft schwächt. Durch genug Schlaf und diese kleinen, über den Tag verteilten regelmäßigen Ruhezeiten kann die Auswirkung von belastenden Aktivitäten, die du sonst so hast, auf deinen Organismus neutralisiert werden. Dazu kannst du dir auch gerne nochmal Staffel 4, Folge 6 anhören. Hier erfährst du alles, was du zu einem gesunden und erholsamen Schlaf brauchst und wie du es schaffen kannst, dass der Stress abends vor der Schlafzimmertyp bleibt. Mein vorletzter Power-Tipp für dein Immunsystem, Tipp Nummer 5, ist die Desinfektion deiner Schleimhäute. Die meisten Erkältungs- und Grippeviren kommen über unsere Atemschleimhäute in unseren Körper. Um ihnen dort, wo sie ankommen, direkt den Garaus zu machen, ergibt es also Sinn, ab und zu eine desinfizierende oder reinigende Maßnahme durchzuführen. Dazu kannst du Eiweinsamen nehmen, die sind im Asialaden erhältlich und damit inhalieren. Das funktioniert übrigens auch richtig gut, falls es dich doch schon erwischt hat. Denn das Inhalieren dieser Samen wirkt krampflösend und desinfizierend auf die Atemwege. Wenn dieser spezielle Kümmel zusammen mit Wasserdampf inhaliert wird, wirkt es in einem hohen Maße schleimlösend und ist deswegen sowohl zur Vorbeugung als auch dann, wenn es dich erwischt hat, angenehmer und wirkungsvoller als alle anderen Inhalationen, die ich so kenne. Auf einen Liter kochendes Wasser braucht man dafür nur ungefähr einen Teelöffel von diesen zerstapften Kümmelsamen. Und hier kommt mein absoluter Geheimtipp, der mir persönlich jedes Mal wesentlich mildere Krankheitsverläufe beschert, wenn das Kind doch mal in den Brunnen gefallen ist, der mich aber auch seit Jahren von mega vielen Infekten bewahrt hat, gerade in Zeiten der erhöhten Infektionsgefahr und zwar ist das Oreganoöl. Im Internet wirst du ganz schnell fündig. Oreganoöl ist nicht besonders teuer und mein Tipp ist, wenn du merkst, dass es im Hals kratzt oder du schon vor dich hin schnupfst oder hustest oder so, wenn du also bereits erkrankt bist, inhaliere mit einem klassischen Salzbad, also wie man das kennt, in einem heißen Topf mit Wasser und Handtuch und Kopf drüber und gib ein bisschen Oreganoöl hinzu. Fairerweise muss ich sagen, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gerade am Anfang, aber es wirkt wahre Wunder. Denn dieses Öl wirkt genau so, wie es riecht und schmeckt. Es tötet einfach alles. Alternativ kannst du dir auch ein großes Glas Salzwasser mit einem Tropfen Oreganoöl anmischen und damit gurgeln, falls der Infekt dich im Rachen oder im Nasenrachenraum erwischt oder begonnen hat oder sich von dort über die Schleimhäute ausbreitet. Taste dich vorsichtig an die Dosierung ran. Es brennt ein bisschen bei korrekter Anwendung. Das ist nicht so schlimm und es geht auch eine Minute oder so, nachdem du gegurgelt hast, wieder vorbei. Es kann aber schnell ungemütlich werden, wenn du statt diesem einen Tropfen zwei, drei oder noch mehr Tropfen ins Wasser träufelst. Das gleiche gilt übrigens auch für das Inhalieren über dem Salzbad. Probier es mit einem Tropfen, wenn du nach ein paar Tagen das Gefühl hast, dass es gut auszuhalten ist für dich, dann kannst du auch vorsichtig deine Schmerzgrenze austesten. Aber wenn du anfängst, mach wirklich auf keinen Fall mehr als einen Tropfen rein. Oreganoöl ist sehr, sehr, sehr stark. Deswegen hilft es wahrscheinlich auch so gut. Ich persönlich mache es übrigens im Moment so, dass bis das schwankende Wetter und dieses Gehuste und Genieße um mich rum wieder aufgehört hat, ich jeden Abend mit Oreganoöl Gurgel beziehungsweise manchmal lässt es sich in meinem Alltag auch nicht vermeiden. Manche Leute kommen auch krank noch zum Coaching und in so einem Fall gurgle ich manchmal auch, wenn ich einfach längere Zeit mit einem Bazillenträger zu tun hatte, einfach vorsorglich. Der letzte und sechste Immunbooster ist einer, den ich eigentlich nicht so gerne empfehle. Das hat damit zu tun, dass auch dieser Booster tatsächlich sehr wirkungsvoll ist, dass ich es aber auch oft gesehen habe, dass von Burnout Betroffene diesen Effekt, diesen immun pushenden Effekt glauben, dauerhaft nutzen zu können und dann auch glauben, dass durch die Einnahme dieser Präparate sie weniger für sich selber tun müssen, was natürlich ein Trugschluss ist und dann auch nach längerer Zeit böse nach hinten losgehen kann. Also auch dieser Tipp ist nur für die Erkältungszeit gedacht und auf gar keinen Fall, um ihn regelmäßig das ganze Jahr über anzuwenden. Vitamine Ich bin generell kein besonders großer Freund von chemischen Vitaminkuren. In besonders schweren Erschöpfungsfällen oder wenn anderweitig der Grund zu der Annahme besteht, dass die Speicher des eigenen Immunsystems leer oder nur so halbvoll sind, zum Beispiel weil man lange Zeit im Dauerstress war, kann es jedoch sinnvoll sein, sich in der Apotheke eine Monatskur mit allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen zu besorgen. Ich möchte keine Werbung für bestimmte Firmen machen. Die Vitaminkur, die ich empfehlen kann, ist die, wo zusätzlich auch nach Bakterien für eine gesunde Darmflora enthalten sind. Kostenpunkt sind hier etwa 60 bis 80 Euro. Zu bekommen sind die in jeder Apotheke und wenn du dem Apotheker sagst, dass du eben eine Monatskur mit Vitaminen für dein Immunsystem haben möchtest, die auch gleichzeitig eine Kur für den Darm mit enthält, dann wird er schon wissen, was gemeint ist und er wird dich gut beraten und dir das bestellen können, was für dich am Ende am besten geeignet ist. Diese Kuren kann ich jedoch wirklich nur als Monatskur und nicht als Dauer Doping Mittel empfehlen, denn wie gesagt, sie sind chemisch und dauerhaft würden sie den Körper auch stressen. Sind die Vitaminspeicher deines Körpers einmal aufgefüllt, so reicht es in Zeiten, in denen besonders viele Erreger um dich rumwirbeln, jeden Tag auf genug Vitamin C durch Obst und Gemüse oder auch meinetwegen durch zusätzliche natürliche Kapseln aus der Drogerie zu setzen. Und so bärenstark wie diese sechs Burnout Coaching Berlin Frühlings Immunisierung Hacks ist auch das Mantra der Woche. Denn auch unsere Psyche und unser Selbstbild wirken auf unser Immunsystem. Mein Körper ist eine Festung. Ich habe heute von Erkältungen und der Grippe gesprochen. Diese Alltagstricks sind bei jeder Art der Infektion oder deren Vorbeugung gleichermaßen hilfreich. Ganz egal, ob sie von Viren, Bakterien oder Pilzen hervorgerufen werden oder hervorgerufen werden könnten. Jeder. Völlig egal, was auch immer bei uns gerade rumschwirrt. Fünf Mäuse, ein Huhn, ein Schwein und eine Kuh waren Freunde. Sie lebten auf einer Farm irgendwo im Nirgendwo. Die Mäuse, die heimlich im Haus wohnten, waren immer für ihre Freunde da. Sobald eine von ihnen mitbekam, dass sich der Bauer zum Abendessen Brathühnchen wünschte, sagten sie dem Huhn Bescheid, damit es sich verstecken konnte. Wenn eine hörte, dass die Dame des Hauses Schweinewürstchen auftischen wollte, forderten sie das Schwein auf, sich auf die Seite zu legen und so zu tun, als wäre es krank. Und wenn es die Menschen nach einem Roastbeef gelüstete, drängten die Mäuse die Kuh, sich auf eine andere Wiese zu verziehen. Das Huhn, das Schwein und die Kuh nannten die Fünferbande MI5, Mäuse Informationsdienst 5. Eines Nachmittags beobachtete eine der Mäuse durch einen Riss in der Wand, wie der Bauer ein Päckchen auspackte. Und sie wäre beinahe vor Schrecktod umgefallen, als sie den Inhalt erkannte. Eine Mausefalle. Oh nein, das war's, das ist unser Todesurteil, sagte sie zu den anderen Mäusen. Was können wir tun? Sie beschlossen, ihre Freundin, das Huhn, um Hilfe zu bitten. Pock, 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 machte das Huhn. Was wird so eine kleine Mausefalle mir schon anhaben können? Nach allem, was sie für das Huhn getan hatten, konnten die Mäuse kaum fassen, dass es gar nicht auf die Idee kam, ihnen zu helfen oder auch nur gut zu zu sprechen. Also wandten sie sich an ihren Freund das Schwein. Oink, machte das Schwein. Im Moment bin ich beschäftigt und melde mich später nochmal bei euch. Und im Übrigen, was hab ich schon von einer kleinen Mausefalle zu befürchten? Wieder waren die Mäuse enttäuscht. Also gingen sie zu ihrer größten und tapfersten Freundin, der Kuh. Die Kuh hatte mit Grasfressen so viel zu tun, dass sie zunächst nicht einmal ein Muu herausbrachte. Doch als die Mäuse gar nicht aufhörten, sie anzuflehen, ließ sie sie schließlich doch zu einer Antwort herab. Na gut, sagte sie, ich denke mal drüber nach. Obwohl es mich ja eigentlich nichts angeht. bestürzt gingen die Mäuse wieder nach Hause. Nach all der Hilfe, die sie ihren Freunden immer geleistet hatten, standen sie nun mit nicht viel mehr als einem Pockpockpockpock des Huhns, einem Oink-Oink-Oink-Oink des Schweins und nicht einmal einen richtigen Muu der Kuh. Als eine der Mäuse später noch auf die Suche nach einem Mitternachtssnack ging, tappte sie unversehens in die Falle. Ping machte es und die Maus stieg, weil sie ja immer so nett gewesen war, geradewegs zum Himmel auf. Als die übrigen vier Mäuse das Geräusch vernahmen, eilten sie ihrer Schwester sofort zu Hilfe. Doch sie konnten nichts mehr für sie tun. Die Maus war mausetot. So jammerten sie und weinten und schluchzten. Auch die Bauersfrau hatte gehört, wie die Falle zugeschnappt war und ging hin, um nachzusehen. Als sie die tote Maus erblickte und vor allem die vier Verbliebenen, die voller Trauer weinten und einander in den Armen hielten, stieß sie einen schrillen Schrei aus und fiel in Ohnmacht. Am nächsten Morgen stand sie immer noch unter Schock und konnte das Bett nicht verlassen. Ihr Mann überlegte, was er für sie tun könnte und so kam ihm eine Idee. Ein Hühnersüppchen! Also schnappte er sich das Huhn, schnitt ihm die Kehle durch und setzte es zusammen mit Wasser sowie etwas Salz und Knoblauch in einem Topf zum Kochen auf. Als die Freundinnen der Bauersfrau erfuhren, dass sie krank war und das Bett hütete, gingen sie sie besuchen, wie es die Menschen eben zu tun pflegen. Ihr Mann, der den Gästen etwas zu essen vorsetzen musste, schlachtete kurzerhand das Schwein und servierte gegrillte Rippchen. Unglücklicherweise erholte sich die Bauersfrau nicht mehr von dem Schock, in den der Anblick der vier trauernden Mäuse sie versetzt hatte. Sie starb. Viele, viele Menschen kamen zu ihrer Beerdigung. Zum Leichenschmaus gab es mit Roastbeef belegte Brote. Und nun ratet mal, woher der Bauer das Fleisch dafür hatte. Eine einzige kleine Mausefalle hatte also den Tod einer Maus, eines Huhns, eines Schweins, einer Frau und einer Kuh zu folge. Denk deshalb bitte nie, das ist nicht mein Problem. Wenn die Gesellschaft, in der du lebst, dich um Solidarität bittet, dann liegt es immer in deiner Verantwortung, dem nachzukommen. Pass gut auf dich und die Menschen um dich herum auf. Wenn du meine sechs Tipps zum Boosten deines Immunsystems gerne nochmal schriftlich irgendwo zur Hand hättest, weil du sie dir oder anderen in deinem Umfeld, die vielleicht auch besonders anfällig sind zurzeit, nochmal ausdrucken willst, dann trag dich jetzt in meinen Newsletter ein. Den Link dazu findest du wie immer in der Beschreibung dieser Episode und du erhältst sie am Dienstag mit der nächsten Newsletter-Mail. Genieß den Frühling, gönn dir Sonne, deine Susi und du dich Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018